So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skypixel, Hypixel Skyblock, genau, Skypixel oder irgendwas in der Art. Wir versuchen hier zum Diamond Level zu kommen, laufen aber nur im Kreis herum. Komm, komm her Junge. So, das war's mit ihm. Hey, komm, oh mein Gott. Ist das irgendwo hier? Geil, danke. Für den Kill. Es muss irgendeinen Gang nach unten geben. Ich würde sagen, so würde ich mir den Weg vorstellen. Aua, wir sind tot. Das ist doch mega dumm. Ja, Leute. Das war echt dumm. Wir sind wieder Level 30. Wir können eigentlich ganz schnell wieder was enchanten. Das könnten wir theoretisch echt machen. Eine Eisenrüstung enchanten, oder? Also, hier kamen wir ja her. Mann, Gott, Junge. Kann das sein, dass wir da dran vorbeilaufen? An dem Ziel, wo wir hin müssen? Vielleicht ist das ja so ein ganz kleiner Eingang. Jetzt sind wir wieder da. Ist das vielleicht oben, oder eine Leiter? Hier ist er. Oh Gott. Nein, das ist irgendwer. Lol, Alter, okay. Die Quest ist zu hart. Wir grinden mal ein bisschen Gier, ja. Das ist unser Gier. Mega Schrott. Wir... Enchantment Level, sagt er. Weiß nicht, wie man das hochlevelt. Muss sagen, das Enchanting allgemein. Verstehe ich gar nicht. Naja. So, wir sind Level 30. Wir upgraden einfach mal irgendein Piece of Gear. Du vielleicht. Oh, wir haben kein Geld dafür. Cool. Wir sind so arm. So, da. Defense against Projectiles. Normale Defense. Explosion. True Defense. Fire, lava. So, einfach nur Defense. Wir nehmen 20 drauf. Zack. Das ist nochmal so ein kleiner Upgrade. Wir gehen jetzt woanders hin. Wir haben noch andere Villages. Muss sagen, das Level da. Ich finde Mining sehr schön. Aber das war irgendwie zu schwer. Viel zu schwer für mich, für meine Geschmack. So, Community Center. Mayo Diana. Fat XP Buff. Gain more. Okay. Okay. Das sind irgendwelche Items. City Project. Election Room. Also, das ist ein Wahlraum. Hier kann man einen Bürgermeister oder sowas sehen. Und dann gibt es die Projekte. Das ist nichts für uns. Farming. Farming fand ich sehr cool. Wir können da eigentlich wieder hingehen. Was machen wir mit den Bookshelves? Verkaufen wir die? Das vor allem. Wir gucken mal, ob wir das Reforgen können. Hier. Wenn nicht, verkaufen wir das auch. Oder wir banken das. Das war der Enchanter. Anvil. Wir packen dich rein. Und dann einfach mal dich. Der will nicht. Okay. Geht nicht. Ich guck dann halt mal andersrum. Ah. Geht auch nicht. Boah. Slow down. Schade. Es geht nicht. Ich meine, das sind gute Items. Ich weiß nicht, ob wir kaufen oder nicht. Ich kann es ja eh nicht benutzen. Das nervt einen. Du. Äh. Iron Legends. Ah genau. Defense 25. Das hat 55 plus 20. Wir kaufen es einfach. Die Spitzhacke. Die nicht. Ohne Witz. Ja. Wie könnten wir eigentlich zu Hause? Die müssen wir nach Hause bringen später so wir gehen mal zur farm erst mal wieder Stella at any time you can create a co-op with your friends simply go on the sky menu and okay das wollen wir aber nicht das war auch ein villager mit dem wir hätten reden sollen hier geht halt sofort das inventar voll so cats hey I'm cat the pet sitter while you're busy adventuring I can take care of your pets I might even be able to train them to become stronger wir haben kein pet there hello do you have a pet pet silent companions bla bla oh for your adventures I prefer B intelligence was kostet das oh 50.000 5000 kostet das hier 10 speed 30 strength wow 15 intelligence 3 intelligence 3 strength for each nearby B maximal 15 B this is a premium of level 100 new pets are low level ok wie viel Geld haben wir gerade aber nicht das kostet aber alles sehr viel 15 Millionen ja natürlich george und der kann auch nur auf die pets aufpassen finde ich cool wir haben aber noch keins das gibt uns einfach nur 50 prozent chance auch mehr mehr Ertrag brauchen wir aber gar nicht wir leveln einfach mal ganz schnell unser Farming easy going easy going cooler Minion das ist aber seine oder ne hä wir rauben deinen Minion aus sehr upgrade hey bale brauchen wir dafür das hier also aber das hatten wir ja schon können wir das mitnehmen das wärs halt voll ne cool level ups ganz wieder Farming gibt uns Leben gab's hier noch was anderes wir gehen mal weiter zu den Farming Islands talk to the farm hand inventory full schade hallo Pimpschen ach das ist ne Dings ne Vogelscheuche das soll ne Vogelscheuche sein cool farm hand hallo welcome to the barn feel free to harvest any crops on the island I'm taking a break wait did you craft a wheat Minion yet here is the recipe recipe cool craft a wheat Minion ja wie macht man das wheat, carrots, potatoes, pumpkins and melon lol gibt's hier nochmal ein npc an den man verkaufen kann windmill ja wir haben hier Karotten schön das ist ein Quest King schon gewesen ne egal mal warte das sind wieder Karotten warte das sind wieder Karotten so potatoes die hat halt schon einer gefarmt deswegen sind hier nicht so viele die inventory für und das das geht nicht ich dazu wir sammeln das zeug für ein pet um ein pet zu craften wie ich da entnehme der quest ich weiß aber natürlich nicht wie das gehen soll noch noch weiß ich es nicht so ich sehe gerade das war es hier schon mit der folge kurze karte ja 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 ja